Hallo Okidoki! Grüß euch, willkommen zurück bei Hallo Okidoki! Kurt und ich, wir wollen verreisen, allerdings wissen wir noch nicht so recht, wohin. Christina, sag mal, wo ist denn das Wetter besonders schön? Naja, es kommt darauf an, welches Wetter du schön findest. Naja, mir ist gerade sehr heiß, das heißt vielleicht, wo es kühl ist. Dann würde ich dir den Norden vorschlagen. Och, wie wär's mit hier? Also ganz oben? Da? Ja. Du Kurt, das ist der Nordpol, da kann man ganz schlecht Urlaub machen. Ach so. Hm, aber du Finnland, Norwegen und Schweden, da wär's sicher toll. Das klingt gut, gibt's dort Fische? Aber hallo, und wie viele Fische es da gibt. Du, aber jetzt brauchst du noch gar nicht ans Verreisen denken, weil jetzt ist mal Zeit für deine Tierbabys. Oh, stimmt, sehr gut. Spielt alle mit. Kurt's Tierbabys Ich bin Kurt der Kater, Wer ist hier der Vater? Wer ist die Mama Von diesem Kleinen da? Ist es A Der Orang-Utan Ist es B Der Gorilla Ist es T Der Schimkanse Los, kommt, spielt mit! Spielt mit und gewinnt ein Spiele-Set Schickt uns eine E-Mail An Hallo Du hast recht Aber ich hab eine Idee, die gefällt dir sicher Raus damit! Kurt, spann ich dich noch auf die Folter, weil zuerst geht's jetzt um ein Bissig Hund Na Kurt, du weißt schon, das ist unser heutiger Spieletipp Warum spielt man sowas? Einen wachsamen Hund soll man nicht verärgern Und genau darum geht's in unserem Spiel Zuerst einmal braucht ihr ein Seil Das bindet ihr um einen Baumstamm So oft wie möglich Dann müsst ihr einen festen Knoten machen Und fertig Und dann braucht ihr noch jemanden, der den bissigen Hund spielt und die leckeren Äpfel bewacht Eure Aufgabe ist es jetzt Euch an dem Hund vorbeizuschleichen Und die bewachten Äpfel zu holen Und los geht's! Hehe, der Hund darf euch nicht erwischen Denn dann seid ihr ausgeschieden Und am Ende bleibt dann für jeden ein Apfel übrig Jääääh! Oh, das sieht ja lustig aus Und ohne echten Hund Äh, Christina Sag, wohin können wir denn jetzt fahren? Naja, wir können uns ja nicht so recht entscheiden Wohin wir fahren wollen, richtig? Richtig! Ja, deswegen entscheiden wir uns einfach gar nicht Und fahren nicht? Oh, ich werde nie die Welt sehen Gut, jetzt mach doch nicht so ein Drama Wir müssen uns ja nicht nur für ein Land entscheiden Wir besuchen mehrere Orte Wir machen einen Roadtrip, ja! Bitte was? Na ja, schau, da fährt man durch verschiedene Orte und Landschaften Road, Straße Ja, genau das Richtige für den Straßenkater Vertraue mir einfach! Oh, das ist eine großartige Idee! Wann geht's los? Naja, also das besprechen wir noch Es muss gut geplant werden Oh, ich pack gleich meinen Koffer Gut, aber dann versäumst du jetzt auch Einen echt spannenden Fall von Tom Turbo Okay, der Koffer kann warten Habe ich mir doch gedacht Euch wünsche mir auch viel Spaß Bis zum nächsten Mal! Bis dann!